Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von EagleEyes. Heute möchten wir euch eine kabellose Gaming-Tastatur vorstellen. Diese Gaming-Tastatur hört auf den Namen G515 Lightspeed TKL und kommt aus dem Hause Logitech. Diese kabellose Gaming-Tastatur bietet euch unter anderem Geschwindigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit in einem schlanken, flachen Design ohne Ziffernblock. Diese kabellose Gaming-Tastatur verfügt über eine dreifache Konnektivität, mechanische GL-Schalter, Doubleshot-PBT-Tastenkappen, eine geräuschdämpfende Konstruktion und Lightsync RGB. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle an Logitech, die uns die G515 Lightspeed TKL für das Video freundlich zur Verfügung gestellt haben. Am Ende dieses Videos hat ein glücklicher sogar die Chance, einen Gaming-Bundle bestehend aus dieser G515 Lightspeed TKL-Tastatur, einem Yeti GX-Mikrofon und einer G502X Plus Gaming-Maus samt passendem Powerplay-Mauspad zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr wie gewohnt im Laufe des Videos. So schaut die Verpackung der G515 Lightspeed TKL Gaming-Tastatur aus. Wir haben oben links einen G515 Lightspeed TKL-Schriftzug, gefolgt von einem Produktbild in der Mitte und ein Logitech-Logo im unteren linken Bereich. Im rechten Bereich sehen wir, dass diese Tastatur taktile Schalter besitzt. Das heißt, wir haben ein haptisches Feedback beim Drücken. Auf der Rückseite befinden sich ein weiteres Produktbild und ein paar Informationen zu den verbauten Tastern sowie zu den weiteren Features, die euch geboten werden. So, let's see what's up inside. Im Lieferumfang befinden sich selbstverständlich die G515 Lightspeed TKL Gaming-Tastatur selbst und noch folgende weitere Dinge. Eine Bedienungsanleitung, Sicherheitswarnhinweise, ein abnehmbares USB-A auf USB-C Lade- und Datenkabel mit 1,80 Meter Länge, ein USB-Adapter und ein kabelloser USB-Empfänger. Dieser befindet sich sicher unter der Tastatur verstaut. So schaut die G515 Lightspeed TKL Gaming-Tastatur aus der Nähe aus. Oben links befinden sich die drei Konnektivitätsschalter, samt den Status-LEDs. Auf der Unterseite befinden sich zwei Standfüße, die je nach Bedarf ausgefahren werden können. Und wir finden den bereits erwähnten Lightspeed-Empfänger, sicher im oberen Bereich. Oben an der Tastatur befindet sich der Ein-Ausschalter und der USB-C-Anschluss. Hier mal ein kleiner Soundcheck, wie die Tasten der G515 Lightspeed TKL so klingen. Wie von Logitech gewohnt, bietet die hauseigene Software alle wichtigen Einstellungsmöglichkeiten, die man sich so wünscht. Am Anfang begleitet einen ein kurzer Guide durch die Features der G515. Hier kann man aussuchen, was für eine Beleuchtung man sich wünscht. Nach dem kleinen Guide befindet man sich direkt in der Logitech-Software. Hier sieht man unter anderem den Ladestatus, kann die Lightsink-Einstellung ganz nach seinen Wünschen anpassen. Bei Bedarf kann man Tasten neu belegen oder Makros erstellen. Und man kann hier auf Wunsch den Spielmodus aktivieren, der ein unabsichtliches Auslösen der Tasten verhindert. Die Logitech G515 Lightspeed TKL Gaming Taster überzeugt auf ganzer Linie und setzt neue Maßstäbe für Gaming-Peripherie im kompakten Format. Mit ihrem eleganten Design und der robusten Bauweise ist sie sowohl für Gamer als auch für den Einsatz im Büro bestens geeignet. Besonders hervorzuheben ist die kabellose Lightspeed-Technologie, die eine nahezu latenzfreie Verbindung bietet. Dies ermöglicht ein reaktionsschnelles Spielerlebnis, das selbst bei intensiven Gaming-Sessions keine Wünsche offen lässt. Die Tastatur ist mit hochwertigen mechanischen Switches ausgestattet, die ein präzises Tipperlebnis bieten und eine angenehme Taktilität aufweisen. Die individuell anpassbare RGB-Beleuchtung sorgt nicht nur für ein optisches Highlight, sondern ermöglicht auch die Personalisierung der Tastenbeleuchtung nach eigenen Vorlieben. Die kompakte Tenkeyless-Bauweise spart Platz auf dem Schreibtisch und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit bei der Nutzung der Maus. Die Software von Logitech ist sehr benutzerfreundlich und ermöglicht eine einfache Anpassung der Einstellungen. Insgesamt ist die Logitech G515 Lightspeed TKL Gaming Tastatur eine hervorragende Wahl für alle, die Wert auf Leistung, Design und Funktionalität legen. Zu einem Preis von unter 150 Euro gibt es hier eine Tastatur, die alles vereint, was man von einer modernen Gaming-Tastatur erwarten kann. Somit gibt es hier von uns eine klare Empfehlung für jeden Gamer und PC-Enthusiasten. Wie am Anfang versprochen, hat nun ein glücklicher die Chance, ein Gaming-Bundle bestehend aus dieser G515 Lightspeed TKL Tastatur, einem Yeti GX Mikrofon und einer G502X Plus Gaming Mouse samt passendem Powerplay Mauspit zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr gleich. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein oder als Minderjähriger die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten haben. Ihr solltet als Zeichen eurer Treue unseren YouTube-Kanal abonniert haben und eure Abonnenten auf öffentlich stehen haben. Wer einen Kommentar unter dem Video postet, was er gerne am liebsten zockt, kommt zweimal in den Lostopf und hat somit eine doppelte Chance, an dieser Verlosung teilzunehmen. Um teilzunehmen müsst ihr lediglich eine E-Mail an special.igleis.de mit dem Betreff Logitech Gaming Bundle schicken. Ihr solltet in der E-Mail den Link zu eurem YouTube-Kanal posten oder euren YouTube-Namen, damit wir auch sehen können, dass ihr ein Abonnent seid. Die Verlosung endet am 6.10.2024 unter allen Teilnehmern wird per Zufall der Gewinner ermittelt. Solltet ihr gewonnen haben, erhaltet ihr in der Woche vom 7.10.2024 eine E-Mail von uns mit der Bitte, uns eure Adresse mitzuteilen, damit euch der Gewinn auch zugeschickt werden kann. Der Gewinnername wird von uns in gekürzter Form auf unserer Facebook-Fanpage veröffentlicht. Ein Beispiel dafür wäre, aus Max Mustermann wird somit Max M. Eine Barauszahlung oder Übertragung des Preises ist nicht möglich und eine Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. Es entstehen euch durch die Teilnahme keinerlei Kosten. Bei einer Teilnahme stimmt ihr unseren Teilnahmebedingungen zu. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Logitech bedanken, ohne die diese Aktion nicht möglich wäre. Weitere Informationen zu den Produkten aus diesem Video findet ihr unten in der Infobox. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen und wünschen euch viel Glück. Gefällt euch die Aktion, dann zeigt es uns einfach mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, euer E-Gleis Team.